So, Tag 2 der Modernisierungsmaßnahmen der Flaniermeile Königsteiner Straße Frankfurt Höchst. Ja, wenn die hier fertig sind, wird es richtig edel. Ich bin jetzt schon im Laden, wie ihr seht, laden, laden, laden. Und es hat einen Moment gedauert, bis ich den Weg rein gefunden habe. Weil, das zeige ich euch gleich, draußen haben die Herrschaften nicht nur alles aufgebuddelt, okay gut, kann man mal machen, sondern drumherum auch noch alles abgesperrt. Das heißt, ich bin erst mal dreimal um den Block gelaufen, um den Zugang zur Bar zu finden. Was habe ich dann gemacht? Ich habe einfach so ein Zaunelement entfernt beiseite geschoben und mir meinen Weg gebahnt. Mal schauen, ah, die Tür ist auf. Wir gehen jetzt mal von drinnen nach draußen und ich zeige euch das mal. Tja, Leute, so sieht es aus. Ich bin da. Meine Haare sitzen nicht ganz. Ah, ich bin da. Heute, 18 Uhr geht es los. Sucht mich. Ciao.